Seien wir den Flüdern jetzt. Und können wir alle anstecken. Oh, das ist nett. Oh, das ist schon! Ja, das ist der Fall. EWEL! EWEL! Du Schrucktl, Alter! Steckt da einen Typ in den Arsch? Das ist nicht mehr. Nein, nur weil es der Show ist, aber... Das ist nur so ein scheiß Schiri. Ich brauch deine Zeit.